Ja hallo da draußen recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Civilization 6 im Multiplayer mit meinem starken Partner, dem lieben Banosen. Hallo Banose. Hallo. So, und wir geben gerade ein bisschen Taladin aufs Maul. Warum rennst du eigentlich weg daran, du sollst doch. Das war bestimmt KI. 100%ig. Wo den Apostel da hoch schickt. Ich habe nichts gemacht, ich bin unschuldig. Nein, nein, das war. Kein Ei hat eine Runde gespielt für mich. Ich bin gerade, wo du aus dem Spiel gegangen bist bestimmt. Ja. Du heilst dich jetzt. Du gehst wieder da runter zum Heilen. Wo sind wir denn da? So, und du, was willst du da drüben? Du gehst da hoch. Das ist da her. Ja. Und mein Armbrüschschütze ist im Arsch da oben. Wie KI verheizt. Ärgerlich, sehr ärgerlich. Nee, den wegzogen. Okay. Ist okay. Du heilst dich auch erstmal. Das brauch ich ein bissel länger. Du holst hier mal ab. 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 Aber es geht nicht mehr. Wir haben sie rausgepatcht. Ja, die haben ja auch rausgenommen, dass du im Prinzip auf diplomatischen Wege Stadtstaaten übernehmen kannst. Geht ja auch nicht mehr. Ging das? Das ging bei 5 ging das, ja. Nee, aber beim 6er war es so, dass du gleich Friedemann konntest. Ja, ja. Aber wie gesagt, beim 5er konntest du damals Stadtstaaten übernehmen. Nach einer Zeit. Ja, 5er habe ich nie so wirklich gespielt. War halt eher vorteilhafter, weil dann musstest du nicht jeden einzelnen Stadtstaat platt machen und dann übernehmen. Wenn die jetzt zum Beispiel zu nah dran waren oder sowas. Okay. Was hast du jetzt bei dem Moment? Bisschen vorteilhafter. Was hast du auf einmal Handwerker? Du heilst dich. Du gehst. Ach ja. Du brauchst da eine Farm. Du erkundest da. Ach, da kommt der Deutsche. Okay, vielleicht kriege ich auch eine Grenze bei dem. Und jetzt die Farbe. Okay. Du bist doch nicht. Ich nehme nur die Farbe. Und du bist doch nicht. Ich nehme nur die Farbe. Ich nehme nur die Farbe. Ich nehme nur die Farbe. Boa mehr. Friedrich mein Freund Der hat siebe Schokolade Siebe Schokolade Ja ist doch klar Der wohnt ja im Dschungel Achso ne der hat mich deniziert Stimmt dann kriege ich keine offene Grenze Da war ja was Da war ja was So Kartago Du hast die Universität abgeschlossen Endlich mal Und hast Ich Könnte ein Industriegebiet bauen Und das ist ja Ich bin ein Industriegebiet Ich bin ein Industriegebiet So, ich hab kein Geld, okay, dann mach ich ja mal vielleicht erst mal Mein Armbruchschütze erst mal So, du geh ich nach Al Akul von mir, das ist die Produktion Geh ich da her Was schiech nochmal da drauf Was schiech auch da drauf Es tut mir leid, Jerusalem, ne, Quatsch nicht, ich weiß nicht, Jerusalem Jerewan Aber, wenn du mich angreifst, dann wehre ich mich natürlich Ja, warum müssen die so ein? Oh, in der Stadt sind noch mal ganze sieben Staden, mein Armbruchschütze Kannst du da nicht schießen, du gehst mal Du heilst dich noch ein bissl Fara ist durchgebaut Fabrik abgeschlossen, sehr schön Äh, du brauchst schon mal Ne, ich warte bis ich Wenn ich jetzt Versorgung in zwei Runden da hab Dann baue ich mal schnell am Markt so lang Ne, 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 du baust einen Handwerker Oder das Ruhrgebiet Äh Ene, mine, in dieser Stadt Mine, mine Meine Heimat Ihr seid das Ruhrgebiet Nalalaline Radiert sich da aber nicht Was ist denn mit dem Wolle? Äh, Bonehandwoll, komm Du holst da ab Nix ist mit dem So lang Ich habe noch einen Arsch Ich glaube, wir sind Rett nicht mehr so schlecht dabei Nein, ich glaube auch nicht. Vom Gefühl her. Fyros, was willst du jetzt? Es zeichnet einen gebildeten Geist ab. Ich weiß, ich finde ja, wenn der Deutsche da eine Stadt gründet, hat der ein riesen Problem, wenn der mit dem Krieg macht. Weil dann hat der Lissabon direkt am Bein und Hongkong direkt am Bein. Da, wo der gerade steht. Ich sehe ihn nicht. Der steht direkt neben Preslav. Veselov. Veselov. Ah, ok. So weit ist der runtergelaufen. Ja. Wir werden wieder rein, dass er so weit weg ist. Ok. Erstaunlich. Ja. Bisschen. Sorry, ich habe da ein Handwerker gebaut worden, der mein K.I. mein Handwerker mal geschickt. Ah, da baue ich halt nochmal rein. So. Du brauchst da eine des Farmerdreieck fertig, bitte. Ist da her. Du haust einmal die Stadtmauer weg, dass da mal in Terror ist. Na gut, dann kannst du wieder fahrigen. Du, gehst mal da rüber ein bisschen. Ich brauch die Barrierewanne eigentlich nicht. Dich auch nicht. Ah, ich muss bloß mal gucken, ob ich das noch nicht denaziert. Äh, kann man aushören. Doch, du hast mich auch denaziert. Bisschen mehr Salz für einmal drauf. 16 Gold pro Runde. Ich glaub, du bist nicht ganz dicht. Du bist doch nicht ganz dicht. So. Du musst da weg, da kommst du nicht durch. Ah, klar, dass ich mich doch denaziert. Ja, bla 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 bla. Also nicht, dass du einen Herzinfarkt kriegst. Ja, echt mal. Da fällt dir auch noch um. Da ist ja Schwertkämpfer her da unten. Kai, der ganz da runtergeschickt. Das ist jetzt für ein Quatsch. Einmal gehst du ein bisschen fort zu dir, die Europäer. Ich mach KI, nochmal Quatsch. Das ist halt die KI, ne? Da machst du nix. Jetzt geht der Siedler. Ach, der geht da bestimmt. Ach, da oben. Eine bestimmt wurde jemand. Könnte sein. Das war mein Nachbarschaftsbetriebe. Das war alles interessant. Ich kann nicht alles einmaßen auf dem Platz hab ich gar nicht. Das stimmt. So, Handwerker fertig. Das heißt, du machst... Ah, was machst du? Komm. Kannst du mal hier schnell den Tabak anschließen? Können wir uns noch in den Zwirble? Du bist jetzt... Da, da, da. Konvertieren eine Einreiserunde. Mal da hoch. Machst du das Farmer-Träg für dich hier. Sehr schön. Du schießt da her, schießt. Du schießt da. Du schießt da. Ah, beförderung. Wunderbar. Du rückst 1 vor. Du schießt mal angreifen. Bisschen machst auch schade. Du gehst... Aber das ist auch nicht so genau. Ich glaube, ich sollte meine Einheit ein bisschen zusammenhalten, ne? Falls es alle nicht kommt. Ich habe doch immer noch relativ hohe Kampfstärke gehabt. Wenn wir mit dem Rüder noch mal nach Jere wollen rüber, dass es einfach schneller geht. Wenn wir jetzt aufs旋laufen kommen, dann gehen wir an. Okay. Bitte warten Sie werden gleich verbunden. Bitte warten. Bitte warten Sie. So, beförderung. Natürlich. Failhack ist klar. Ich schaue mal. Hey, da bist du nicht. Gehst du mal da hoch und hältst dich immer da hoch? Du gehst ja schon wieder mit seinem Missionar hier durch die Gegend, meine Herren. Araber. Ja. Aber nicht mehr lang. Wir hätten irgendwo zwei Kohle gehabt. Ich war eigentlich der Meinung. Ach, der Magdeburg direkt neben Lisbon gegründet. Ah, okay. Ah, Baumwolle. Er hat nicht viel Luxus-Ressourcen. Du hast beförderung. Erstellung. Ah, jetzt kommt der Maluk. Okay. Gut, dass ich da jetzt... Kannst du noch... Dich da dazwischen stellen und du kannst da abschirmen. Wir hauen da nochmal drauf. Gut, dass ich meinen Ritter da oben habe. Er braucht noch was, du. So, Baumkirche. So. Der da oben eine Stadt gründet jetzt. Mittel im Nirvana. Ja. Ohne... Ne, der Araber. Ja, genau. Du bist nicht auf dem Hügel, gell? Ne, du bist eben. Ich weiß, ich müsste mal kurz den Platz tauschen, dass ich die Mama noch ein bisschen abschließen könnte. Wenn du jetzt da her gehst, dann kannst du da... Dann kannst du da drauf schießen und dann müsste ich dich eigentlich mit meinem Ritter wegkriegen. Ne? Hör auf. Ah, Beforderung. Sehr nett. Du schießt da her, du schießt auch da drauf. Ich trinke mir Armbustschützen. Du brauchst... Armspäe. Du... brauchst... Kanalisatione. Du kannst Kohle anschließen. Dann machen wir hier Pharma-Trojek. Das passt. Du gehst... Irgendwo noch ein Handelswerk hin entsenden, dass willst du zum Besikt. Du... Handelswerk. Dann geh du mal da her. Bogen wir da draußen noch ein Tusch, oder? Gelsfeld 3 3. Schafe in den Berg. Ein Stich. Jetzt komm schon wieder mal weg. Scheiße, jetzt geh mal wieder drauf. Damit. Mh... 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 Mein Armbustschütze aber nicht hoch, dass ich auf den schießen kann. Dann ist der Dschungel, da komm ich nicht durch. Und ich kann meinen Räder zurückziehen, ja? Wollen wir mal locker 3... 3... 3 Felder, die ich hier kein Glaub, gell? Ich glaub schon, ja. Oder 4 sogar. Weißt du kommst eigentlich durch den Dschungel durch. Oh, ich bin drin. Mein Speer hat noch Zwischermunde gehabt. Wir sind... Mach die Mama Luke. Mama Lu... Ach du Scheiße, der kommt mit drei. Oh, gut, der mit. Puh. Ja, ich war zuvor eigentlich. Ich hab meine Truppe der Entstellung gehabt. Was will ich denn sein, laden? Oh, ich bin der. Jetzt schon mal los. Le. Komm, bevor meine Einheit alle draufgehen. Ja, ja. Ich soll Allah von mir aus auslegen, wenn er Zeit hat. Du. Du hast eine Beförderung. Du heilst dich. Heilst dich. Sante schicke. Okay, Jerusalem mit mir. Sehen wir da mal ein bisschen klarer hier oben. Einiges. 899. Ach du Scheiße. Was? Militärische Störger, der Saladin. Oh ja, sicher. Puh. Da sind wir einmal den Christi raussuchen muss. Echt, wenn wir den Kopf einrennen. Ja. Furchtbar. Erstmal drücken. Das Sammler. Gehe ich noch Dinger, muss ich sagen, noch die Tusche ab. Der möchte nämlich nichts verliere. Ah, guck, da steht das Orakel. Der ist eine Hauptstadt. Hundertprozentig. Ne, das baut er da, der Koloss. Oh, der hat schon Bombarde. Scheiße. Wer, der Araber? Nein, der Deutsche. Ja, ich wollte gerade sagen, ob ich gerade auch gesehen habe. Aber ich meine, der Akkulte bist du nicht recht gut, weil die könnte ich alle zum Barter ausprobieren. Ich will jetzt ihre Wande klären, der Araber. Der ist da so zurent, das wäre nicht auf dir da rein. Der Einzige, die mir wirklich noch mag, ist die Indonesien nicht. Alle andere hasse ich. Ja, gut, die kann ja auch nicht mehr viel machen. Außer ihre Missionare rumschicken und so. Naja, wir sind jetzt noch gleich hier im Jena-Beforschungslabor. Ich muss jetzt bloß einmal gucken noch, was ich eigentlich brauche. Das kann ich aber eich... Wie sieht der, was brauche ich denn da dafür? Ein Sterbszuhörer-Tempel. Äh, du... Ich schließe mal da noch an. Ich schließe die Kohle an. Stahl hat fortzudem... Sehr gut. Oh, sieben Produktion, zwei Nahrung. Cool. Wirtschaft. Kommen wir mit an Land. Überall schon Miene baut hat er da, ne? Jakarta. Ja, die muss auch vorankommen, irgendwie. Einmal die wahrscheinlich Nahrungsmangel, oder? Ja. Denke mir. So, aber ich würde sagen, die Folge ist wieder vorbei. Deswegen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Lack, da lasst ein Abo, da lasst ein Kommentar, da guckt beim Schwabe rum. Legt wie bei den Videoschreibungen und bis zum nächsten Mal. Ich schließe da raus. Ciao. 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 Ciao.